Unterschlupf Zumindest weiß ich, dass ich in dem richtigen Ort weiß. Die Asperados müssen hier durchgekommen. Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich schon hinkommen, sondern dass wir tatsächlich noch mal eine Welt irgendwie reingesogen werden und noch mal aus Versehen eine doch leben. Oh Gott, das ist wirklich ein schreckliches Geheimnis. Aber wenn ich in Kalaschde habe, dann ist das jeder. Das ist ein Mittelalter-MMO-Aus. Und wir laufen mit einer Mechengun durch. Was haben wir hier? Eine Armbrust, das passt ja. Hallo? Wo? Findet es vorher später. Ganz klar. Die Dinge sind viel zu hart in der Auferen Stadt. Wir müssen zurück ins Safehaus. Geht da, ASAP! Ich bin hier in der Nähe. Ich bin weg. Steht weg. Sie werden mich töten, um zu arbeiten. Ich bin hier in der Nähe. Ich bin hier in der Nähe. Ich bin hier in der Nähe. Aber das ist völlig verrückt. Welche Familien in Kalaschde. Wenn ihr uns hören könnt, holen wir uns hier jetzt. Wir brauchen definitiv eine Gäste. Ich bin hier in der Nähe. Ich bin hier in der Nähe. Bitte nicht, wir sind geschehen. Bitte, die Schäden-Selder schlauern unsere Krieger wie Lämmen. Gebet ihr, sie werden nicht geschehen. Auf welche Tür hast du gerade gesprochen? Mein Freund. Findet das Feuer schwer? Ich würde zu gerne... Aber wo soll das sein? Im Dorf irgendwo. Okay, ja, aber... Ein Fliedhof. Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Ist das nur eine Armbrust? Hat sich der Baum gerade bewegt? Das sieht so aus. Uh, Leben. Sehr schön. So, und wo soll jetzt das Feuerschwert sein? Haben wir irgendwo genaue Hinweise zu unseren Missionen? Außer findet ihr das Feuerschwert. Auf dem Radar wird ja nichts angezeigt. Also können wir nur raten. Okay. Also... Haben wollen würde ich es auf jeden Fall gerne. Deshalb werden wir uns jetzt ein bisschen auf die Suche nach dem Feuerschwert machen. Das muss sein, Leute. Nur, wo ist das halt? Das ist halt die Frage. Unten im Dorf. Ja, ja, ja. Wir sind ja im Dorf. Meiner Meinung nach sind wir das. Auf. Das hat alles nicht so gut getan. Ähm... Ist das... Vielleicht da oben? Aber es hat... Was heißt denn unten? Oh nein, nein, nicht da unten. Unten im Dorf. Das müsste ja eigentlich hier sein. Ich will noch nicht weg, bevor wir es nicht gefunden haben. Wenn es natürlich ein Zweiter ist, können wir uns hier natürlich dumm und dämlich suchen. Das ist nur ein Friedhof. Die Steine können wir erklimmen. Gut, hier zwischen den Felsen wird es wohl nicht sein. Hm. Und hier sind wir hergekommen. Geht's hier vielleicht noch irgendwo zu einem... Geheimen Dorf? Nein, hier kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Na... Okay. Ne. Das... Das muss schon das hier sein. Oder... Alternativ auch ein Zweiter. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Aber wo sollte das sein? Wir können ja in kein Haus rein. Dann müsste das schon hier irgendwo... zwischen den Häusern rumliegen. Oder wir gehen tatsächlich einfach ans Weiter und... Können wir denn? Pass mal auf. Das Spiel speichern. Ich speichere das einfach mal hier so. Okay. Wenn wir tatsächlich... ähm... oben direkt weiterkommen und das Feuerwehr nicht mehr finden können, dann... lade ich einfach nochmal und wir suchen dann weiter. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Ein bisschen mehr Leben hätte ich übrigens immer noch gerne. Das war nämlich jetzt nicht so geil, als die gespawnt sind. Okay, wir gehen mal nach oben. Das ist auch nix. Komm mal da rein. Klar, durch eine Wand kann man sicherlich nicht gut... Ei, ei, ei. Nicht gut. Au. Dann ist der Kaffee nicht gestorben. Sehr interessant. Okay, darunter fallen wir ja bestimmt... eher schlecht. Oh, brillant. Ein Mystikal-Energy-Schild. Fuckin' RPGs. Wie würde ich das durch das? Seht ihr, die Feuerwehr! Oh. Wirklich? Ich brauche das Feuerschwert. Es ist eine optionale Nebenquest, aber ich brauche es. Okay, was soll das denn dann sein? Oho. Was ist das denn? Dann lass uns doch mal den Abgrund etwas genauer betrachten. Kommen wir denn da rein? Ja, offensichtlich. Okay. Ist das nur so, wie man wieder hochkommt? Oder... Ja, okay. Ist nur Safety Reasons. Okay. Suche das Feuerschwert! Oh nein. Das war jetzt keine Absicht. Hoppa! Na! Komm schon! Wenn's vorwärts nicht geht, immer rückwärts Berge hoch. Das geht immer. Okay. Suche das Feuerschwert! Alles klar! Dann werden wir uns das Feuerschwert wohl zu Gemüte führen müssen. So. Wie weit geht's hier? Immer so die Landschaft ein bisschen erkunden, weil... relativ geil aussehen tut's hier schon. Wie weit kommen wir denn dahinter? Müssten wir denn da vielleicht sogar hinter. Das sind spawnende Bäume. Wir können ja einmal drum rumschwimmen, so wie ich das sehe. Aber wirklich hochkommen auf diese kleine Insel... ...tun wir nicht gerade wirklich. Oder? Au! Nein! Definitiv nichts! Doch, über diese Brücke hier könnten wir doch bestimmt rückkommen. Ist noch eine. Vielleicht ist das auch gemeint mit kleinem Dorf. So, wir gehen hier auf jeden Fall wieder an Lands. Oder auch nicht. Oder auch doch. Hui! Okay. Ähm... Nicht so geil. Ich würde da gerne wieder hochkommen. Warum es auch immer mich so dermaßen hochsparkt? Keine Ahnung. Gut, dann gehen wir in diese Richtung. Und wohl... ...hier hinüber. Wo man es vorher schwert, zu gelangen. Ja, es sieht richtig aus. Was? Was? Ohne Witz! Ich treff den doch! Ich hab den doch mindestens einmal getroffen! Okay, letzten Spielstandladen. Der dürfte dann allerdings... ...hier hinten sein. Sei weg! Ich habe keine Quests für dich. Und ich möchte nicht, dass ich meinen mystischen Energie-Supplier verwenden möchte. Oh, okay. Den Spruch haben wir noch nicht gehört. Ähm... Dann geht's hier einmal quer durch. Ein bisschen mehr leben wir halt echt geiler. Okay, jetzt haben wir hier gesaved. Wow! Wirklich! So, wir starten jetzt hier und, ähm... ...sterben instant, oder? Will ich ja alles gar nicht! Man kann keine Granaten mehr! Mann! Wow! Wirklich! Das ist jetzt extrem uncool! Okay, einmal probieren wir es noch. Ah, jetzt spawnen doch nicht. Wir waren zu schnell! Haha! Was haben wir hier? Oh, Leben! Ein Traum wird wahr! So! Dann würde ich sagen... Äh... Spiel speichern! Und zwar hier! Überschreiben! Ja! Zurück! Fortsetzen! Dann sneaken wir uns mal hier hinten rum. Okay. Okay! Wow! Das... Äh... Nein! Hier sind wir schon innerhalb des Dorfes. Ob man das auch Dorf nennen kann? Was ist denn mal dahingestellt? Überleb halt noch mehr! Heißt? Ja, das war klar. Okay, ich würde sagen... Wir probieren das Ganze... Ein... Anderes Mal. Und zwar in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag, Leute. Macht's gut! Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei Battle Lab. Ich fände es nämlich... Bisschen auf, dass die Gegend ein bisschen... Verlassen sind. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Sache. Von daher... Es ist... Eine coole Idee auf jeden Fall. Und... Alles Weitere schauen wir uns in der nächsten Aufnahmesession an. Bis dahin, euer Matze. Macht's gut! Ciao!